Oh, ich hab direkt ne Diegel gefunden. Das wird schmackofatzig. Bist du alleine hier? Ja. Jetzt kam der mir meine AR, der Lümmel. Okay. Nein, ich spiele die nicht. Ist hier keiner gelandet? Hi Thomas. Ich glaub nicht. Natürlich. Jetzt voll hoch looten. Und dann die Welt erobern. Ich versuch's. Hier war einer. Der war auf K. Der lebt aber noch. Ich hab noch ne Diegel. Ich hab wieder die Double Diegel am Start. Ja, wo kriegst du dich so schnell? Helfe auch die Double Diegel. Wenn er okay ist. Ich glaub nicht, wie der seine Rede daheim geübt hat. Okay. Ich komm auf die Bühne und schrei rum. Hey, hey, hey. Der hier liegt einfach ein goldener Diegel. Ich konnt's nicht fassen. Der liegt hier einfach. Ich musste dreimal hingucken, weil ich's nicht... Weil ich's halt nicht fassen konnte. Leute, was glaubt ihr, wie der seine Rede bevorbereitet hat? Digga, da liegt der einfach. So, wie weit kommen wir nur mit Diegels, ist jetzt die Frage. Im Nahkampf können... ...spielen, was wir wollen. Geh mal tiltet mit Max. Kann man nicht tiltet gehen. Er will nicht. Ja, ne blaue Mini-Tränke, wenn du mitnehmen kannst. Könnte ich, wenn ich Verbände hier lassen würde. Ich hab nen Saufkrug, den kann ich einfach nehmen, ne? Lohnt sich das? Nee. What the fuck? Nein. Dann wirf die Verbände weg und die Mini-Schilde mit. Wo sind sie denn? Hier, über der Kiste. Zehn Verbände, echt weg? Ja. Na gut, geht los. Hinter's holt die Springs noch. Komm, willst du noch nen Deagle mitnehmen? Ja. Dann ich noch nen Granatwapper mit. Ja, komm her. Hier oben liegt die. Dann muss ich die Mini... Okay, weg mit dem Sturmgewehr. Double Deagle Action ist jetzt angesagt. Double Deagle Action ist jetzt angesagt. Guck mal, so richtig... Du musst richtig gut spielen. Du musst sonst notfalls nen Sturmgewehr spielen. Hauptsache, wir sterben nicht. Ich hab nen Sturmgewehr dabei. Ja gut, du musst richtig tryharden. Hast du Raketen? Guck ich. Ja, zwei Stück gedroppt. Vielen Dank für den Sub, Leute. Ein paar Urlaubs-Subs oder was? Gegner, 330. 330, Obacht, die kommen so ein bisschen. Deagle ist aufgeladen. Deagle ist geladen. Wir laufen links rum, dass wir den Weg abschneiden können. Du laufst so weit rechts. Komm her zu mir. Ich versteck mich ja in den Bäumen, dass die mich nicht sehen. Der hat mich, glaub ich, gesehen. Läuft da hoch. Deagle geladen. Feuer. LOL! Oh, wie geil! Die Double Deagle. Aber wie? Junge, die sind weg. Die spielen nie wieder zusammen. Die haben sich voll in die Haare gekriegt. Überleg doch mal, die sagen so, ey, warte mal, Bruder, wir müssen jetzt erstmal Lake checken, so, setz dich hier hin. Lass am Zonenrand erstmal chillen, weil man knallt und beide sind tot. Geil. Oh Gott. Einfach weg. Geil. Oh, oh, Gegner. Oh, ne Deagle? Digga, what the fuck, der hat auch ne Deagle, der trifft jeden Schuss. Oh, Leute, er hat nen Hit. Warte, ey. Der Karras macht. Loll, er hat noch nen Hit. What the fuck, was tust du mit denen? Jetzt wird er unfett, jetzt fällt er die AR aus. Jetzt klebt er beim Roll. Hab ihn. Vor was zum Healen. Ich hab nen Saufkrug. Ey, echt? Ich werd schon wieder angeschossen. Ah, fuck, schon wieder von hinten. Ähm, willst du mir den geben? Nein, hier sind Gegner. Ich muss sie kurz hier. Wie nah? Ja, sehr close, da wo wir eben gechillt haben. Echt? Ich muss hier kurz das Medi-Pack dann reinpfeifen. Ah, ich seh sie. Treffer. Hab einen. Richtig gut, Junge. Ich nehm den Saufkrug kurz legen. Ich nehm den Saufkrug kurz legen. Ah gut. Ich hab nen mehr nicht. Mehr nicht. Ich glaub, wieviel Medi, äh, schwere Muni du noch hast. Äh, neun, aber die sind ja schnell leer. Soll ich noch was mitnehmen? Das Medi-Pack oder was? Soll ich noch was machen? Kann ich nehmen. Okay. Ich hab zwei Plätze frei. Oder einen Platz. Geben wir mal schwere Muni ein bisschen. Wir müssen weiter. Danke. Geht los. Junge, übel gut, wie wir hier damit durchgehen. Ah. Ey, ich hab den grad zweimal auf diesem Dach 75er-Hitze gegeben. Ich versteh's nicht. Der wär tot gewesen. Gegner Close. N. Hat uns gesehen. Wo? Achseh'n. Achtung. Weg, 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 weg. Ich bin weg. Der baut sich hoch. Flankier von links. Du bekommst dann die Zone. Haut ab. Hits. Hits. Hat der. Hat gleich nichts mehr. Hab ihn. Ey, ich fass es nicht. Ist geil, oder? Ist geil, oder? Ich geb ihm so viel. Ich geb ihm so viel. Ja, das stimmt. Ich hab die ganze Zeit auf mein auf freies Schussfeld gewartet. Dann hab ich ihn erwischt. Ja, ich hab nen Jump Pad. Oh ja, das brauchen wir definitiv. Ich hab noch schwere Muni für dich danach. Alter, mach mal nicht zu hoch, Junge. Kann. Ähm. Na, da hab ich noch hoch gebaut. Oh, da schau dir. Ah, da hinten sind welche. SW. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Du bist auf dem Weg? Ne, lass doch hierbleiben. Die ballern. Ne, die bauen sich da im Kasten. Oh ja, dann. Spreng den jetzt weg, ok? Ja, mach. Ey, hier ist ein Gegner. Close, 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 mach keinen Scheiß. Wo denn, wo denn? Hab ihn. Guck mal, keinen Scheiß da. Über den abhauen. Was für ne Low-Taktik, die haben da drin echt gegammelt, die Schwörs. Ich weiß es nicht, ja, geil. Hier ist noch ein Raketenwerfer. Verbände oder Raketenwerfer? Raketenwerfer. Ich brauche Raketen von dir. Ich habe doch selber... Dann nehme ich den Sniper lieber. Achso. Dann nehme ich wieder Verbände mit. Die Raketenwerfer war schon mit OP. Wie gesagt, wir haben gerade eine Challenge. Geht halt gerade schlecht. Was denn? Ah, der hat jetzt eine Frage gefragt. Boah, hier kommt wieder eine Frage. Warum haben sich Max und Selina getrennt? Die Lügen verbreiten sich im Lauffeuer. Oh, ich sehe welche auf W. Jetzt hast du mich dazu gebaut. Nice. Siehst welche auf W. Wir sind jetzt da hochgelaufen zum Berg. Würdest du dir sagen. Lass mal direkt in die nächste Zone reinsliden. Oh was, ich habe mir so viel gekauft jetzt hier. Gegner closed. Beide in der Stadt. Treffer. Die ballern übel auf mich. Ich weiß nicht, von wo so krass auf mich geballert wird. Leute, wir reißen das Haus ab. Chef Strobel Räumungskommando. Mach keinen Scheiß, warte auf mich. Wie kann man so dumm spielen, wenn wir schon so kurz vorm Ziel sind? Das ist so cool als skills zu spielen. Chef Strobel Räumungskommando. Ich bin ja was. Das schimmeln halt echt hier drin. Wo ist hier noch einer? Über uns. Da hinten ist noch ein Slurp für dich. Will ich nicht. Wieso nicht? Hier ist noch Mini Schild drin. Nimm doch bitte. Jetzt wird es wichtig in der Situation. Du sagst es ist wichtig. Hier hinten Mini Schild erstmal. Komm zu mir. Ach du Scheiße. Fuck. Ich hab 4 Medi Packs. Das ist zu viel. Mach den weg. Draußen ist noch der Slurp. Den wünschst du dir auch noch bitte. Oder wurde der gerade weggenommen? Ne, der liegt da noch. Oh, what the fuck. Die schießen auf uns. Pass auf. Der Slurp ist hier. Oh, ich sehe den da oben. Der will mal von meiner... Der will mal von meiner... Grand Launcher narschen oder was? Ich spiel mal bitte neben sie, wa? Ich weiß auch nicht, wo... Wo sollen wir hin? Ja, hier einfach in der Zone. Wir sind... Die müssen zu uns kommen. Ich weiß nicht auch noch welche. Hier. Nee. Ich hab ein Problem. Zu getroffen. Habe einen down. Hier sind noch welche bei mir. Schreibst du auf mich? Stehen wir mal mehr. Wo waren die denn? Da waren die oben nicht... Hinter uns. Es war einer. Aber der ist in der Zone noch. Wo ist denn sein Kollege? Lol, der ist gestorben. Sauber, der ist down. Der läuft jetzt rein. Nee, der läuft jetzt rein. Der andere. Der andere. Wo denn? Bei mir oder bei dir? Der ist unter dem Tannenbaum. What the fuck? Der lebt noch. Junge. Ruhiger spielen. Ruhiger spielen. Max? Du bist ja wieder voll drin. Ich brauch Hilfe von dir. Egal, aiming. Nein, da ist noch einer. Max. Guck, den hab ich gemeint. Oh Mann. Der holt seinen Mate. Du musst pushen. Er holt seinen Mate, Max. Du musst pushen. Wenn du jetzt nicht pushen, bin ich... Oh, ich hab einen Sniferschuss kassiert. Einen übeln. Ah, der hat einen Spam-Raketen. Spam-Raketen rein. Spam-Raketen rein. Spam-Raketen rein. Die andere Zeit. Dass er nicht wiederholen kann. Ich hab nur zwei Raketen. Das wird gar nicht gegeben. Oh, ich kotze. Komm zu mir. Oh, ich kotze. Oh, ich kotze. Schilma, 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 Junge. Ich werd angegriffen. Der ist da oben in seiner Base. Wenn du mich jetzt einfach holst... Ich hab so wenig Leben. Ja, bau was. Dann passt das. Hast du was zum healen? Drei Medi-Packs. Na, wir sind hier eins. Ich bin hier gleich in der Zone. Das wollte ich nicht. Digga, wie kann man denn splitten, Mann? Ich hab doch schon einen Medi-Pack. Ich hab doch schon was. Oh mein Gott, sag das doch. Ja, ob du was hast. Deswegen hab ich hier gefragt. Oh mein Gott, wie komm ich hier raus aus dem Menü? Alter. Oh, er ist hier. Achtung, wer hat Granaten. Da hat er die Tür zu. Müssen wir ein Medi-Pack geben. Tschilma. Bro, er macht ernst. Wo ist der denn? Genau vor uns. Kann du beenden, oder was? Deine Snipper, oder? Ja, ja. Dann holen wir auch noch mit dem Diegel weg. Wenn ich nur Raketen hätte, Junge. Frey haltet, Achtung. Unter dir, Achtung. Halt'n Hit. Halt'n, Achtung. Halt'n, 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 Halt'n. conditioning. Halt'n, 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 Halt'n. Bin down, sauber. Oh, he fick's mit der Diegel. Richtig gute Runde, ich hab neun Kills mit Double Deagal Und vier davon einfach mal schön weggesteilt, tut er in der Ratte Ja, man kann nicht steilen mit Deagal, Deagal Treffer ist... Ey, wie oft ich dir da oben, der riecht 150 von mir Der andere wird weggeschützt Wenn es ein Sturmgewehr gewesen wäre, ja Aber ein Killsteal, das ist wie ein Killsteal mit einer Sniper Das ist zu viel Damage, das zählt nicht als Killsteal, weißt was ich meine? 150 gegeben, Bro, da musst du einfach mal zustimmen und appreciaten Ja, ja, klar Richtig geile Runde, richtig geile Runde